Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Tag. Norddeutscher Rundfunk 2021 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir versuchen dann nochmal zurückzukommen in der zweiten Halbzeit, kriegen einen klaren Elfmeter und der andere klare Elfmeter, wie mir gesagt wurde, wird dann nicht gepfiffen. Du verstehst nicht, mittlerweile nicht mehr, es ist frustrierend, wenn man so viel investiert und dann wird man nicht fair behandelt, aber klar hatten wir auch genug Möglichkeiten, um nach das Tor zu schießen. Schlussendlich kriegen wir halt dann nochmal das Tor, ich glaube, es lag danach ein bisschen an den Kräften, weil wir halt sehr viel investiert haben und ja, jetzt sind sie leider meist geworden. Ich glaube trotzdem, dass wir gekämpft haben, wir haben es versucht, aber leider wieder nicht geschafft. Ich muss ja manchmal trotzdem ein Kompliment machen, ehrlich, wir haben so viele verletzte Spieler wieder diese Woche bekommen und wir haben Spieler gehabt, die von der Verletzung kommen, die diese Woche wenig trainiert haben, die krank waren und die haben heute hier gespielt und die haben es gut gemacht, aber am Ende stehen wir wieder hier, haben verloren und Bayern so feiern zu sehen, es tut schon weh, klar. Du hast die vielen Chancen schon angesprochen, ich hatte das Gefühl, man hätte noch viel mehr Chancen herausspielen können, wenn der letzte Pass und die letzte Konsequenz dann auch im letzten Spieldrittel gepasstet, hast du das ähnlich gesehen von Hinrichs? Ja, habe ich so gesehen, es gab ein paar Aktionen, wo wir ja vielleicht den ersten Kontakt nicht gut genug gemacht haben oder der Pass nicht gut genug war, der Abschluss. Bayern macht die Tore und wir nicht und das entscheidet am Ende das Spiel und aber wir müssen weitermachen, wir müssen, wir sagen es mal wieder, aber das ist nur der richtige Weg, wir müssen wieder aufstehen, wir müssen gut trainieren, wir müssen die Saison gut zu Ende spielen. Hoffentlich mit drei Siegen, es ist ein besseres Gefühl mit einer Siegerserie in die Pause zu gehen. Wir müssen nächstes Jahr versuchen fit zu bleiben, das ist ganz, ganz wichtig und dann werden wir nächstes Jahr wieder angreifen, werden wir wieder Gas geben und dann werden wir sehen, was passiert. Das ist gut. Washer geht mit 1,2 oder? Ohhh. Über 2,3.